Hallo, Mio Mesutin an der Sprechgarnitur und es ist mal wieder Zeit für meine monatliche Radiosendung auf Radio Blau, The Revolutionary Squarey Show. Und das letzte Mal habe ich ja euch eher Rock kredenzt. Diesmal dachte ich mir, ich werde mal etwas Passenderes zur Jahreszeit bringen, indem ich euch melancholische Musik präsentiere. Musik von KünstlerInnen wie Jan Hämmer oder dem blinden Komponisten Moondog oder auch Blur und viele weitere Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Denn ihr wisst ja, The Revolutionary Squarey Show ist ja die Sendung, in der ich euch Musik präsentiere, die ihr garantiert noch nie gehört habt. Daher schaltet ein am 26.10. um 16 Uhr auf Radio Blau. Dort könnt ihr die Sendung live verfolgen. Oder aber ihr hört sie euch in der Mediathek die Tage darauf an. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich die Sendung noch online stelle auf Mixcloud, so dass ihr sie jederzeit zeitsouverän nachhören könnt, wenn ihr Zeit habt. Das werde ich euch dann wahrscheinlich nächsten Monat ankündigen, wenn es denn soweit ist. Bis dahin hoffe ich doch, dass ihr mir live gewogen seid. Wenn es wieder heißt Ist es ein Flugzeug? Nein! Ist es ein Raumschiff? Nein! Es ist The Revolutionary Squarey Show! Am 26.10. um 16 Uhr auf Radio Blau. 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 Vielen Dank.